90% der Selbstständigen scheitern in den ersten 5 Jahren nach Gründung. Es ist nichts Neues, viele Selbstständige scheitern nicht zuletzt daran, dass sie viele Ideen haben, jedoch einfach nicht in die Umsetzung kommen. Es gibt natürlich nicht den einen Grund, doch was viele gemeinsam haben, ist, dass irgendwo unterwegs in Richtung Ziel Stolpersteine kamen und es nicht so funktioniert hat, wie man erwartet. Manche Solo-Selbstständige wissen gar nicht, warum sie stolpern oder woran es liegt. Deshalb ist Selbstführung eines der wichtigsten Tools, wenn es darum geht, die Stolpersteine zu überwinden. Herzlich Willkommen beim Intuitionsgeflüster. Mein Name ist Christine Ahund und als professioneller Coach begleite ich dich auf deiner persönlichen Transformationsreise von der ängstlichen Zweiflerin zur selbstbewussten Umsetzungsqueen. Intuitiv, authentisch, leicht. So schön, dass du mit dabei bist und ganz viel Freude beim Zuhören. Falls du dich schon mal gefragt hast, was es mit diesem Begriff Selbstführung auf sich hat, dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig. Vereinfacht gesagt, ob es dir gelingt, von Punkt A, also deiner jetzigen Situation, zu Punkt B, deinem Ziel zu gelangen, hängt sehr viel mit Selbstführung ab. Dazu benötigst du nämlich ein Ziel. Weißt du, welches Ziel oder Ziele du aktuell mit welchen Prioritäten verfolgst? Denn gerade im Alltag kann es ganz schnell passieren, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren, weil wir uns im Klein-Klein des Alltäglichen verlieren. Dabei ist eine klare und bildhafte Zielvorstellung absolut von Vorteil, von der du dich wie magisch angezogen fühlst. Das kann in Form eines Vision Boards sein oder eines Vision Movies, wo du zusätzlich noch zu den kraftvollen Bildern auch Musik hast, die direkt Emotionen in dir hervorrufen. Denn viel wichtiger als das, was auf den Bildern ist, das Gefühl dahinter, also die Art und Weise, wie du dich fühlen möchtest, wenn du das Ziel erreicht hast. Denn das Magische ist, du kannst dich heute schon genauso fühlen, als ob du dein Ziel erreicht hast. Und das macht die Zielerreichung umso einiges leichter. Hilfreich ist auch ein inneres Frühwarnsystem, was reagiert, sobald dein Ziel an Aktualität verliert oder du innerlich blockiert bist. Denn es kann passieren, dass man auf dem Weg spürt, hey, irgendwie fühlt sich dieses Ziel, was ich mal hatte, gar nicht mehr stimmig an. Und auch das ist ein Zeichen von Selbstführung zu sagen, ich möchte das gar nicht weiter verfolgen, sondern es ist vielleicht Zeit, neue Prioritäten zu setzen. Selbstführung ist ein unverzichtbarer Aspekt für eine soloselbstständige Frau, die in der dynamischen und oft auch herausfordernden Welt erfolgreich sein möchte. In einer Zeit, in der traditionelle Strukturen und Sicherheitsnetze gar nicht mehr funktionieren, trägt die Fähigkeit zur Selbstführung maßgeblich dazu bei, dass man nicht nur in der Businesswelt überlebt, sondern auch darin gedeihen und sich weiterentwickeln kann. Dies geht weit über das bloße Management von Zeit und Ressourcen hinaus. Es ist eine tiefe, emotionale und bewusst Reise, die das eigene Selbstverständnis, die Zielsetzung und die innere Motivation umfasst. Als soloselbstständige Frau stehst du vor einzigartigen Herausforderungen. Du bist nicht nur deine eigene Chefin, sondern auch die einzige Person, die für den Erfolg oder Misserfolg deines Businesses verantwortlich ist. Diese Verantwortung kann unglaublich überwältigend sein, insbesondere in Zeiten von Unsicherheit oder Rückschlägen. In diesen Momenten ist es die Selbstführung, die dir hilft, auf Kurs zu bleiben. Sie ist wie dein innerer Kompass, der dir immer wieder zeigt, in welche Richtung du möchtest. Sie gibt dir die Kraft, Hindernisse zu überwinden, an dich selbst zu glauben und deine Vision trotz aller Widrigkeiten zu verfolgen. Selbstführung heißt, sich selbst zu kennen, die eigenen Stärken und Schwächen, aber auch die Träume und Ängste. Diese Selbsterkenntnis ist der Schlüssel, um realistische Ziele zu setzen und diese mit Entschlossenheit zu verfolgen. Wenn du ganz genau weißt, was du willst und warum, wirst du viel widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen und Meinungen. Dann lässt sich die Aussage deines Onkels auf der Familienfeier, der mit hochgezogener Augenbraue fragt, und damit kann man wirklich Geld verdienen, absolut kalt. Und du wirst nicht mehr hinabgezogen in einen Strudel aus Unsicherheiten und Selbstzweifel. Dann versteckst du dich nicht mehr unter der Decke und traust dich nicht mehr hervor, wenn die ersten Kunden, Kundinnen auf dein Angebot negativ reagieren und Nein sagen. Vielmehr siehst du es als Chance, dein Angebot weiterzuentwickeln und noch mehr Menschen auf dich aufmerksam zu machen. Selbstführung ermöglicht es dir, klare Prioritäten zu setzen und deine Energie auf das zu lenken, was wirklich wichtig ist. Anstatt jede Woche eine neue Marketingstrategie auszuprobieren, weil wieder irgendein selbsternannter Marketingguru dir rät, dass das die absolut todsichere Methode ist, um deine Kunden, Kundinnen anzuziehen, gibst du der Sache Zeit und sammelst Erfahrungen. Denn tatsächlich innerhalb von einer Woche kann man noch nicht wirklich herausfinden, ob diese Marketingstrategie für einen funktioniert. Fühlst du dich aktuell ausgelaugt und unmotiviert? Diese fünf Faktoren können deine Selbstmotivation hemmen. Es gibt verschiedene äußere und innere Faktoren, die du im Auge behalten solltest, weil sie sich negativ auf deine Selbstmotivation auswirken können. Je mehr du dir deiner eigenen Muster bewusst bist, desto leichter kannst du an ihnen arbeiten. Da sind zum einen demotivierende Gedanken. Die Motivation beginnt immer auch im Kopf. Das eigene Denken kann motivieren oder die Motivation hemmen. Negative Gedanken wie Selbstzweifel, Pessimismus oder auch die Angst vor dem Scheitern können die Motivation erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass du irgendwann gar nichts mehr tust. Das Gleiche gilt auch für negative Selbstgespräche wie Selbstkritik oder Selbstabwertung. Beobachte einmal deinen inneren Dialog, wie du mit dir aktuell sprichst. Vielleicht kommen da Sätze hoch wie Oh, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Oder Ich bin einfach zu dumm. Wenn du solche Sätze hast, dann überleg einmal, wer in deinem Umfeld solche Sätze früher gesagt hat. Vielleicht zu sich selbst oder aber auch zu dir. Denn da kann auch ein großer Schlüssel liegen. Oftmals übernehmen wir Aussagen anderer Menschen in unserer Kindheit absolut unreflektiert. Und irgendwann werden diese Aussagen zu den eigenen Aussagen. Doch wie gesagt, sie sind wenig hilfreich. Ein weiterer Faktor kann unter- oder auch Überforderung sein. Starre Routinen, Langeweile oder Unterforderung können ebenso demotivierend wirken. Genauso aber wie Überforderung und Stress. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Maß an Herausforderungen und Erholung zu finden. Viele Selbstständige haben das Gefühl, dass sie nur noch Baustellen in ihrem Leben haben. Dass das E-Mail-Marketing-Tool mal wieder nicht funktioniert. Dass die Werbeanzeige irgendwie nicht den Leuten ausgespielt wird, für die man sie vorgesehen hat. Oder dass gerade deine Reichweite in Social Media sinkt. Überall Baustellen, wo man gefühlt am besten gleichzeitig alles beheben möchte. Und plötzlich sieht man nur noch Probleme in seinem Leben. Denn wenn man den Fokus nur auf die Probleme richtet, werden diese plötzlich mehr. Und dann wirkt es sich nicht nur im Business aus, sondern eben auch aufs Privatleben. Auf Dauer ist es unglaublich erschöpfend, wenn man in diesem ständigen Problemlösungsmodus unterwegs ist. Das Setzen von Zielen und Belohnungen für erreichte Meilensteine hingegen fördert die Motivation. Und das vergessen wir viel zu häufig. Wir sehen immer nur dieses große Ziel. Zum Beispiel, ich will 10.000 Euro Umsatz im Monat machen. Doch dieses Ziel wird selten von heute auf morgen erreicht. Sondern es braucht eine Zeit. Es ist einfach ein Weg. Deshalb ist es umso wichtiger, jeden einzelnen Schritt zu feiern. Denn das bewirkt, dass wir dranbleiben. Übertrieben hohe Erwartungen an sich selbst und das Streben nach Perfektion bewirken hingegen, dass man gar nicht erst mit der Aufgabe beginnt. Denn auch Perfektionismus ist eine Form der Prokrastination. Der Wunsch, alles perfekt zu machen, kann nämlich dazu führen, dass man sich überfordert fühlt und schon von Beginn an und gar nicht erst startet. Viele Perfektionisten, Perfektionistinnen haben das Gefühl, dass sie vor einem riesigen Berg stehen und sie gar nicht wissen, wie sie überhaupt losgehen sollen. Hinzu kommt dann noch, dass sie nur die Spitze sehen, die sie erreichen wollen, anstatt sich auf den nächsten notwendigen Schritt zu fokussieren. Der dritte Faktor ist Prokrastination. Denn je länger du Arbeiten vor dir herschiebst, desto schwieriger wird es, sich aufzuraffen und damit auch anzufangen. Prokrastination kann zu einem Teufelskreis führen. Das Gleiche gilt auch für zwischenmenschliche Konflikte, die unter der Oberfläche schwellen, jedoch nicht offen angesprochen werden. Etwas, was ich mir seit Beginn meiner Selbstständigkeit angeeignet habe, sei es im Business oder im privaten Bereich, ist, den Elefanten im Raum anzusprechen. Denn alle Beteiligten spüren ihn, trauen sich jedoch nicht, diesen anzusprechen. Aber es ist für alle Menschen eine unglaubliche Erleichterung, wenn man darüber gesprochen hat. Wenn du dich nicht regelmäßig selbst reflektierst und überprüfst, ob deine Handlungen und Entscheidungen mit deinen Zielen und Werten übereinstimmen, kannst du leicht den Fokus verlieren. Dann bist du zwar beschäftigt, aber nicht mit den Aufgaben, die du eigentlich angehen solltest. Auch ein negatives Umfeld hemmt die Selbstmotivation. Selbst wenn du gut darin bist, dich zu motivieren, jeder Mensch braucht Anerkennung von anderen. Das Fehlen von Lob und Anerkennung wirkt absolut demotivierend. Denn wir sind nun mal soziale Wesen. Das heißt nicht, dass man davon abhängig sein muss und Phishing vor Kompliments betreibt, also das heißt, nur Dinge zu tun, damit man von anderen Anerkennung bekommt. Darum geht es nicht. Aber wir alle haben es schon mal erlebt, wie wohltuend es ist, wenn uns jemand dafür lobt, was wir getan haben. Und es können die alltäglichsten Sachen sein. Toxische Beziehungen hingegen, ständiger Pessimismus oder ein unorganisiertes Arbeitsumfeld können ebenfalls die Motivation erheblich beeinträchtigen. Der letzte Faktor ist mangelndes Selbstvertrauen. Ein geringes Selbstwertgefühl und mangelndes Selbstvertrauen können die Motivation untergraben. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wirst du dich weniger bemühen, deine Ziele zu erreichen. Und wenn du nicht an dich glaubst, jemand anderes wird es auch nicht tun. Denn dein Äußeres ist immer auch ein Spiegel deiner inneren Welt. Gerade am Anfang, wenn du losgehst für deine Vision, für dein Business, ist es oftmals, dass andere Menschen noch nicht sehen können, was du innerlich schon siehst, an Bildern oder auch, was du fühlst. Deshalb ist es wichtig, dass du auf deine Werte vertraust. Denn je mehr du dafür losgehst, desto mehr werden andere es auch sehen. Wenn du jedoch nicht an dich glaubst, gehst du sozusagen von vornherein davon aus, dass du scheitern wirst. Selbstführung hingegen stärkt das Selbstbewusstsein. Jede Entscheidung, die du triffst, jedes Risiko, was du eingehst und jeder Erfolg, den du feierst, trägt zu dem Gefühl der Selbstwirksamkeit bei. Das Gefühl von Yay, ich kann erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ich kann meine Ziele erreichen, ganz gleich, wie viele Hindernisse mir das Leben in den Weg gelegt hat. Du erkennst, dass du dein Leben beeinflussen kannst, dass du nicht Opfer der Umstände bist und quasi ein Spielball des Lebens, sondern dass du aktiv dein Leben gestalten kannst. Es geht darum, nicht um Kontrolle, denn das Leben lässt sich nicht kontrollieren, ganz gleich, wie gern wir das wollten, aber es lässt sich aktiv gestalten. Dieses Bewusstsein gibt dir die Möglichkeit, neue Wege zu gehen und innovative Ideen zu verfolgen. Es lässt sich wachsen und entwickeln, sowohl persönlich als auch beruflich. Wie sieht es mit deiner Selbstführung aus? Schaffst du es, dich jeden Tag aufs Neue zu motivieren, für deine Ziele loszugehen oder bist du aktuell an dem Punkt, wo du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich das hier alles noch mache? Bevor du dein Business an den Nagel hängst und dich gedanklich schon damit beschäftigst, zurück ins Angestelltenverhältnis zu gehen, vereinbare dir deine unverbindliche Tiefenanalyse über den Link in den Shownotes. Denn Selbstführung ist etwas, was man lernen kann und du wirst sehen, wenn du es schaffst, dich selbst zu führen, werden die Herausforderungen, die dir aktuell gerade das Leben schwer machen, für dich viel leichter handelbar sein. Was für Selbstführung entscheidend ist, ist die eigene Willenskraft. Denn dies ist der Schlüssel, dass du immer weiter dran bleibst. Mach dir im Vorhinein bewusst, für welche Ablenkungen du in Richtung Ziel besonders anfällig bist und entwickle Gegenstrategien. Der Klassiker ist, ich will mal ganz kurz auf Social Media scrollen, um mich für meine Beiträge zu inspirieren. Um nach zwei Stunden erschrocken festzustellen, dass man zwar die ganze Zeit auf Social Media sich hat inspirieren lassen, aber doch keine Idee hat für die eigenen Beiträge. Ich kenne das nur zu gut und wenn du auch ab und zu mal in diese Ablenkungsfalle tappst, darfst du dir bewusst machen, wie du gegensteuern kannst. Zum Beispiel, indem du dir ein zeitliches Fenster setzt, indem du Inspirationen für deine Beiträge dir holst. Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr entspannt auf dem Sofa durch Social Media zu scrollen, sondern mich bewusst auf den Stuhl zu setzen. Denn das wird irgendwann so unbequem, dass ich nicht stundenlang da sitze und Social Media konsumiere. Egal wie sehr du dein Business liebst, es werden immer wieder unliebsame Aufgaben zu erledigen sein. Doch wenn du dir bewusst machst, welchen Nutzen sie haben, wirkt es wie ein wahrer Motivationsboost. Überlege dir vorab, welchen Weg du bei der Zielsetzung wählst und mit welchen Umwegen du rechnen musst. Denn ganz gleich, was man für einen Plan hat, das Leben kommt doch gern mal dazwischen. Und dann ist es die Frage, bist du bereit, einen anderen Weg zu wählen, dich neu auszurichten, oder gibst du auf, weil der Weg nicht wie erwartet zum Ziel führt. Die Quelle der Motivation ist in dir selbst und auch in deinen Zielen. Durch selbstgesetzte Belohnungen und intrinsische, also von innen herauskommende Impulse, wird die Motivation gesteigert. Hilfreich ist auch immer wieder ein Perspektivenwechsel, dass auch unangenehme und unattraktive Aufgaben positiv zur Zielerreichung beitragen. Ja, ich würde auch lieber in der Sonne sitzen mit einem Buch in der Hand, anstatt auf Social Media mit anderen Menschen zu interagieren. Aber ich weiß, dass die Interaktion dazu beiträgt, dass andere Menschen auf mich und mein Angebot aufmerksam werden. Wichtig ist auch, jede Art von Emotionen zuzulassen. Gerade auch Gefühle von genervt sein, Wut, vielleicht auch Traurigkeit, wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie man sich es gedacht hat. Du kannst immer wieder in dich hineinspüren und dich fragen, warum diese Emotionen da sind und daraus auch hilfreiche Handlungsimpulse ziehen. Nicht immer läuft alles wie am Schnürchen. Relativiere also unangenehme Erlebnisse und Empfindungen. Denn der innere Kritiker, die innere Kritikerin springen sofort an mit Gedanken wie Ach, das wird doch sowieso nicht. Siehst du, habe ich doch gleich gesagt. Das ist absolut nicht hilfreich, denn es ist kein Beinbruch, wenn die neue Marketingstrategie, die man ausprobiert hat, nicht beim ersten Anlauf direkt zehn neue Kunden Kundinnen bringt. Genau in den Momenten ist es wichtig, sich selbst bestärkende und unterstützende Sätze zu sagen, sich bewusst zu machen, dass es ein Versuch war, du aber noch mehrere Versuche vor dir hast. Und mit jedem Versuch wirst du auch neue Erfahrungen sammeln, die dich näher an dein Ziel bringen. Geh gleichzeitig auch dem Auslöser dieser unangenehmen Gefühle auf den Grund, um bewusst einen Einfluss darauf zu nehmen. Denn du bist nicht deine Gefühle, du bist auch nicht Opfer deiner eigenen Gefühle. Mach dir auch immer wieder bewusst, dass du einen Handlungsspielraum hast und den du auch ganz bewusst für dich nutzen kannst. Analysiere die Situation, in der du gerade steckst, kritisch und hinterfrage, welche Chancen und Freiräume du hast. Erkenne deinen realen Gestaltungsspielraum an und befreie dich von den Gedanken, Opfer der Umstände zu sein. Denn das ist eher eine passive Haltung. Warte auch nicht darauf, dass sich etwas wie von Zauberhand allein verändert. Wirke stattdessen proaktiv auf dein Umfeld ein, um ungünstige Bedingungen selbst zum Positiven zu verändern. Denn ganz gleich, wie herausfordernd eine Situation ist, es gibt immer eine Erfahrung, die es wert ist, gemacht zu werden, die darin liegt. Und diese zu erkennen und für dich zu nutzen, ist der absolute Game Changer. Selbstführung bedeutet auch, sich selbst und seine eigenen Routinen sowie Handlungsabläufe zu hinterfragen. Was hat sich im Laufe der Zeit so eingeschlichen, was deiner Zielerreichung tatsächlich eher im Weg steht? Ich mag den Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, tatsächlich überhaupt nicht. Aber er sagt sehr viel über die menschliche Natur aus. Denn das Gehirn liebt einfach Routinen. Aber nicht jede Routine ist hilfreich für die Zielerreichung. Analysiere deinen Tagesablauf einmal, um ihn bestmöglich an deine Zielerreichung auszurichten. Das heißt nicht, dass jeder Tag gleich ablaufen muss, aber grundsätzlich sollte so eine gewisse Energie Richtung Ziel führen. Steuere frühzeitig dagegen, wenn du spürst, dass deine aktuelle Verhaltensweise nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Selbstführung heißt auch, auf seine Energie zu achten. Trete in Dialog mit deinem Körper und achte bewusst auf Botschaften, die dir dein Körper sendet. Denn der Körper kommuniziert immer über Körpersymptome mit dir. 24-7 an deinem Ziel zu arbeiten, ist definitiv nicht förderlich. Viel wichtiger ist es auch immer, einen Ausgleich zu schaffen. Das steigert die Leistungsfähigkeit und wirkt sich positiv auf die Zielerreichung aus. Natürlich kannst du in stressigen Phasen durchhalten. Ziehe bitte rechtzeitig die Notbremse, das dein Körper nicht überfordert. Selbstführung hilft dir dabei, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Als Solo-Selbstständige bist du oft versucht, rund um die Uhr zu arbeiten, da der Erfolg des Unternehmens vom persönlichen Einsatz abhängt. Doch langfristiger Erfolg ist nur möglich, wenn du auch gut auf dich selbst achtest. Ich habe viele Menschen auf Social Media erlebt, die mit hoher Motivation gestartet sind, mehrfach täglich gepostet haben, alle Formen von Beiträgen ausprobiert haben und dann nach drei Monaten plötzlich verschwunden waren und man nicht mal mehr den Account gefunden hat. Weil sie einfach zu schnell zu viel wollten und das nicht in Einklang mit ihrem Ruhebedürfnis stand. Selbstführung lehrt dich auch, deine eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen und Zeit für Erholungen und Selbstfürsorge einzuplanen. Es ist wichtig, dass du erkennst, wann du eine Pause brauchst und dass du dir diese Pause auch gönnst, ohne schlechtes Gewissen. Doch um seine Grenzen auszutesten, ist es auch wichtig, einmal über die Grenzen zu gehen, um dann zu spüren, hey, okay, das ist das, was ich aktuell leisten kann. Denn nur wenn du physisch und mental gesund bist, kannst du auch auf Dauer produktiv und kreativ bleiben. Nicht zuletzt ist Selbstführung auch ein Akt der Selbstliebe. Sie bedeutet, sich selbst zu vertrauen, sich selbst zu respektieren und sich selbst die Erlaubnis zu geben, groß zu träumen und diese Träume auch zu verwirklichen. Als Solo-selbstständige Frau ist es entscheidend, dass du an dich selbst glaubst und deine Fähigkeiten voll ausschöpfst. Du bist nicht nur Unternehmerin, sondern auch Architektin deines eigenen Lebens. Zusammengefasst ist Selbstfürsorge das Fundament, auf dem du dein Leben und dein Business aufbaust. Sie ist der Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben, was du selbstbestimmt gestalten kannst. Herzlichen Dank für dein Vertrauen. So schön, dass du mit dabei warst. Wenn du einen lieben Menschen kennst, dem du mit dieser Folge inspirieren kannst, dann leite ihr oder ihm unbedingt den Link zur Folge weiter. Bis zur nächsten Folge. Go with the Flow. Alles Liebe, deine Christine. Glückwunsch. jemanden Z awak Untertitelung des ZDF, 2020